Vielen Dank, Sabine Malsch, für die musikalische Begleitung. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute hier spielen hören durften. Sabine Malsch liebt in Wedel. Sie ist Musikerin und Kunstmalerin sowie Mitglied im deutsch-japanischen Chor. An der Tischhafe spielt sie auf Vernissagen, Familienfesten und Lesungen. Sie verfügt über ein vielfältiges Repertoire an Musikstücken. Liebe Freunde, liebe Gäste, ich begrüße Sie alle recht herzlich und ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich bedanke mich bei den ausstellenden Künstlern Siavaj Deschme, Klaus Reichelt sowie Moses Girute für die wunderbare Zusammenarbeit. Die Galerie Kavisamba ist schon seit Jahren ein etablierter Kulturstandort hier in der Haseldorfer Marsch. Sie liefert Informationen und Inspiration zu Kunst und den ausstellenden KünstlerInnen. So vielfältig wie die Kunst selbst das Galerie Kavisamba Kunstprogramm, welches in nur vier Wochen zusammengestellt wurde. Sechs Ausstellungen, fünf Lesungen sowie sechs geplante Tage des offenen Galeriegartens. In einer Broschüre sind alle Veranstaltungen zusammengefasst. Die Broschüre liegt für Sie kostenlos hier in der Galerie bereit. John Dunn sagte mal, Niemand ist eine Insel in sich. Jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes. Das gilt auch für die Kultur. Sie besteht nicht nur aus Inhalten, die für sich isoliert betrachtet werden können, sondern sie ist immer auch Teil eines gemeinschaftlichen Erlebnisses. Denn jedes Stück Kunst ist ein Teil der Gesellschaft. Der Gesellschaft, die es kreiert hat. Die ausstellenden KünstlerInnen, AutorInnen und MusikerInnen nehmen in ihren Werken und Vorträgen Bezug zu aktuellen Themen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit in der Kunst. Inwiefern kann die Pandemie auch als Chance in der Kulturszene gesehen werden? Was können wir von Naturvölkern lernen? Frieden und wie Kriege unsere Welt verändern? In einem gemeinsamen Projekt mit Klaus Reichelt habe ich seine Objekte fotografiert. Die fotografischen Abbildungen sollen den Unterschied verdeutlichen, was es bedeutet, ein Kunstobjekt im offenen Raum zu betrachten oder es als fotografisches Abdruck gezeigt zu bekommen. Sicher hat beides seinen Reiz. Doch durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Objekt in seiner dreidimensionalen Lität erlebt der Betrachter ein einmaliges Kunsterlebnis, welches ihn idealerweise emotional viel tiefer berührt, als der fotografische Abdruck es jemals könnte. Während der Pandemie sind zahlreiche digitale Kulturformate entstanden, die sicher auch einen kulturellen Mehrwert darstellen, aber sicher nicht annähernd so viel Anklang seitens des Publikums finden konnten, wie die Kulturangebote vor Ort. Der Tanz der Stunden von Pontierli Untertitelung des ZDF, 2020 und wie die Kulturangebote vor Ort. Geboren 24.1.1945 in Rerig an der Ostsee, Lehre Kaufmann im Groß- und Außenhandel, staatliche Werkkunstschule Saarbrücken, Grundlehre bei Prof. Dr. Oskar Holbeck, Fachhochschule Armgardstraße Hamburg, Abschluss Grafikdesigner, Sozialpädagogische Zusatzstudium Hamburg, Bandgruppenarbeit mitbegründer des Vereins Kinderhaus Heinrichstraße e.V., Mitbegründer des Alternativen Wohlfahrtverbandes SOAL e.V. Hamburg, dort 30 Jahre Geschäftsführer, Ausbildung als Gestalttherapeut bei Ischer Blomberg und immer freischaffender Künstler zusammenbringen unterschiedlichster Materialien erzählt Geschichten. Ein anregender Stein, Schweißnähte im Eisen, Ketten sägen Spuren im Baumholz, irritieren, zusammengeführt. Neue Seherfahrung, Erinnerung lösen Transferprozesse aus. Weggeworfene Materialien bekommen durch situative Kreativität neue Bedeutung. Jedes Teil für sich und alle zusammen. Es sind Modelle. Die Straßenrinnen, Räume, Umwelt sind voll von verschiedenen und dennoch ergeben sich gemeinsame Muster gesellschaftlicher Erfahrung, lösen Gefühle aus, Freude, Angst, Trauer, Gewalt. Nur hinschauen, wenn das zu einem Lächeln führt. Wunderbar. Die Sitzelien von Gabriel Fauri 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Als Taxi-Unternehmer ist er in Hamburg zu den unterschiedlichsten Tageszeiten unterwegs. Momente, die ihn emotional berühren, fixiert er dabei schon mal mit der Fotokamera. Andere prägt er sich ein, um sie im nächstmöglichen Moment zu skizzieren, damit Details nicht verloren gehen. Nach Feierabend setzt er das Erlebte in kräftigen und schwungvollen Pinselstrichen um. Seine bevorzugten Darstellungen sind Personen, Stadtansichten sowie Landschaften, für die er oft kräftige Farben verwendet. Ich spiele Beautiful Prima. Musik 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 Ausstellung gestaltete er im Kulturhaus St. Georg sowie im Haus der internationalen Sprachen am Roterbaum Hamburg. Zurzeit trifft er sich regelmäßig mit einer iranisch-deutschen Gruppe zum gemeinsamen Malen. Ja, mein Name ist Yavush Deschmer. Ich wohne seit 1992 in Hamburg und malen ist mein Hobby und male ich gerne. Und bei diesem Bild soll ich so erklären, Hamburg ist sehr schön und hübsch und ich habe gedacht, vielleicht kann ich Hamburg in einem Augenblick, in einem Bild erklären. Und was schön in Hamburg ist, ich habe versucht, auf diesem Bild mitbringen, zum Beispiel Fersetum und hier ist Flarmonik, Michel, Dom, Rathaus und Fischer, Frau Fischer ist schön. Und Atlantik ist ein sehr altes Hotel in Hamburg und Hafen und Udo und alles. Was können Sie hier sehen? Und meistens in Hamburg, es regnet. Und ich habe gedacht, dieser Teil, die Leute im Regen mit Schirm und der andere Teil ohne Schirm und die Restaurants und große Freiheit und Phantom d'Europa. Hier ist der König der Löwen und das Schiff, das große Schiff und ja, eigentlich dieses Bild ist Hobby, mein liebes Hamburg. Okay, dieses Bild ist Hamburg, Andralester und sieht sehr schön aus und die meisten Touristen kommen hier und gerne da sitzen und Kaffee trinken und so. Ich habe gedacht, vielleicht mit anderen Techniken malen und dann mit Spachtel, dieses Bild schon gemalt. Und ja, dieses Bild gehört in meine Heimat, in Nordiran ist Masule und diese Häuser ist übereinander und sieht sehr schön aus und viele Touristen, die kommen da und zu diesem Dorf zu sehen. Es ist sehr grün und mit Fluss und alles, aber sieht sehr schön aus. Ja, ich wünsche in unserer Welt kein Krieg mehr sein und alle zusammen zu Frieden, zusammenleben und genießen von Leben. Krieg macht alles kaputt, alles kaputt. Die Menschen und Häuser und Kultur, alles. Ich hoffe, nie wieder Krieg in unserer Welt. Zu guter Letzt noch ein Veranstaltungstipp. Am 1. Mai gestalten wir unseren ersten Tag des offenen Galeriegartens. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Zu sehen sein werden die Steinskulpturen von Moses Chigutu aus Zimbabwe, sowie seine Metallobjekte unter dem Motto Afrika für den Garten. Die Luft ist blau, ein Frühlingslied von Franz Schubert. Die Luft ist blau, ein Frühlingslied von Franz Schubert. Die Luft ist blau, ein Frühlingslied von Franz Schubert.